Hallo! Na, seht ihr das? Das ist die Front von meinem Auto. Das passiert, wenn man unachtsam ist, wenn man von der Krankengymnastik kommt wegen dem Knie und ein anderes Auto übersieht. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ich habe bestimmt... Ach ja, es ist natürlich besonders schlau, das Handy so zu halten. Dass der Finger vor der Kamera ist. Ja, ich befinde mich hier an so einem Ort, wo ich mich ab und zu mal zurückziehe zum Chillen. Ihr habt es vielleicht eben im Hintergrund gehört, hier ist noch ein Auto vorbeigefahren. Hier gehen öfter mal auch Leute mit ihren Hunden... Hunden? Gassi? Gassi? Alter! Mit ihren Hunden gehen die Leute hier Gassi. So, das wollte ich sagen. Und ja, mit dem Auto ist es ärgerlich. Das ist zwei Jahre alt. Und einmal unachtsam oder einmal was übersehen. Oder mit den Gedanken, einmal woanders gewesen. Und zack, sagt auch die Dame von der Versicherung. Ja, so steckt man manchmal nicht drin. Achso, ich will noch gleich übrigens auch ein paar Worte loswerden zum letzten Video. Zusehen Nummer 5 mit der... ...mit der doofen Bremsgeschichte da. Es ist total bescheuert, diese Schallschutzwände, ne? Hier kann man früher so gut Züge gucken. Da hinten fährt das Garten ICE. Ja, ist schon durch. Ja, irgendwo. Sieht man jetzt hier alles gar nicht mehr. Weil hier überall, überall sind bescheuerte Schallschutzwände. Die Leute können nichts sehen, die im Zug sitzen. So, für den Lokführer ist auch langweilig, wenn du die ganze Zeit irgendwie Schallschutzwände überall hast. Und zum Spotten oder so ist natürlich auch doof. Ich hoffe, dass hier vorne vielleicht gleich nochmal im Laufe der Aufnahme ein Zug langfährt. Ansonsten müsst ihr halt so ein bisschen die Landschaft genießen, gerade mit mir zusammen. Ja, warum habe ich mich jetzt schon wieder so lange nicht gemeldet? Falls ihr euch zurückerinnert, vor ein paar Monaten war doch meine Festplatte kaputt. Was soll ich sagen? Jetzt ist irgendwie... Irgendwie ist jetzt alles kaputt. Irgendwie muss der Fehler tiefer gelegen haben. Keine Ahnung, Festplattencontroller oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist alles im Arsch. Das hat mich demotiviert. Vor allem habe ich jetzt auch gerade keine Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen. Neuer Rechner ist bestellt jetzt inzwischen. Kommt in ungefähr einer Woche an. Also hat alles noch ein bisschen Geduld. Also ich kann verstehen, wenn ihr jetzt sagt so... Okay, das macht jetzt gerade keinen Sinn, Kanalmitglied zu sein oder Twitch-Abonnent. Also beendet einfach die Kanalmitgliedschaft. Ich kann euch im Moment keinen Content bieten. Das tut mir leid. Geht dann erst wohl wieder so in anderthalb bis zwei Wochen geht es dann weiter. Und das ärgerliche ist, ich hatte auch schon Aufnahmen auf der Festplatte. Da bin ich die Kinzig-Teilbahn gefahren mit Online-Ebula. Und dann ist tatsächlich durch die Störungssimulation, die auf Normalgeschwindigkeit, also auf Einfach, Faktor 1, hat mir jemand im Zug die Notbremse gezogen. Das war vielleicht noch ganz interessant. Ja, muss ich nochmal aufnehmen. Also wenn wir Glück haben, passiert wieder irgendwas Witziges. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich meine, ich könnte den Faktor auch auf drei hochstellen oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich habe mal meine Krücken hier gerade hingeschmischen. Ich lehne mich gerade an mein Auto. Wenigstens gibt es zum Knie Gutes zu sagen. Das Knie wird immer besser und besser. Und das Einzige, was meinem Orthopäden noch ein bisschen Ärger macht, ist... Flickstrain, okay. Der Flickstrain macht dem Orthopäden keinen Ärger, sondern dass das Knie noch ein bisschen dicker ist als gewöhnlich. Da hinten kommt auch noch irgendwas. Kann man das so einigermaßen erkennen? Ja, es ist ja super scharf hier alles. Gott dammit. Jetzt kommen hier schon wieder Leute mit Hund und Kindern. Muss ich ja mal kurz Pause machen. Dann gibt es nach der nächsten Pause noch was zum letzten Video. Falls ihr es gesehen habt und ihr euch erinnert, zu sie, Folge Nummer 5 mit der 141er und dem Brems-Fail. Es gab sehr viel Kritik zu dem Video. Kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, zu Recht. Und jetzt warten wir erst mal die Fußgänger ab hier. Ja, die Fußgänger sind jetzt noch nicht vorbei. Die brauchen irgendwie gerade ewig. Na, die sind mit Kind und am Gucken auf der Eisenbahnbrücke natürlich. Aber die sind jetzt noch ein Stück weg. Das heißt, ich nehme jetzt doch noch erstmal weiter auf. Hallo. Also das Problem in der Folge war, dass die 141er hat eine einlösige Bremse und die Bremsen waren irgendwann überladen. Und einer schrieb in den Kommentaren, ja Mensch, wenn du weißt, dass du jetzt eine Aufnahme machst mit dem Zug, der eine einlösige Bremse hat am führenden Fahrzeug, warum machst du da nicht erstmal eine Trockenübung, um da erstmal wieder reinzukommen? Ja, hätte ich machen können. Aber dann wäre es ja nicht so witzig für euch. Also ich glaube, ihr wollt halt auch gerne mal sehen, dass auch Lokführer Fehler machen können, die jetzt irgendwie 20 Jahre nicht mehr mit einlösiger Bremse gefahren sind oder auch 20 Jahre nicht mehr auf dem Fahrzeug unterwegs waren. Und das macht das Ganze ja interessant. Ich will mich ja nicht irgendwie verstellen oder was weiß ich. Und deshalb ist es auch wichtig, auch wenn man rein theoretisch auf diesem Fahrzeug ausgebildet ist, wenn man das Ding 20 Jahre nicht mehr gefahren ist oder generell ein Fahrzeug länger nicht mehr gefahren ist und man wird auf einmal wieder für ein Fahrzeug eingeteilt, also im echten Leben jetzt und soll es fahren, dann steht einem jederzeit zu, hier hör mal, ich fühle mich da nicht mehr so sicher. Ich hätte gerne nochmal ein bis zwei Tage Einweisung. Das ist vollkommen okay und lieber so als gar nicht. Und dann steht man nachher im echten Leben da und hat irgendeine Scheiße verzopft oder so. Das will man halt auch nicht. Und normalerweise ist es so, wenn man halt auch länger auf dem Fahrzeug nicht eingesetzt war und dann heißt es plötzlich, hey, nach zwei Jahren kommt jetzt hier wieder dieses Fahrzeug zu uns in den Umlauf und du bist dafür auch vorgesehen. Traust du dir das zu oder willst du nochmal eine Einweisung haben? Also da kommt der Arbeitgeber im Normalfall, also das Eisenbahnverkehrsunternehmen auch auf ein. Zumindest ist es bei meinem, also nicht meinem, also bei DB Fernverkehr in Hannover ist es auf jeden Fall so. Ich kann natürlich nicht für andere Firmen sprechen, aber so viel zum echten Leben. Ich wollte ja eigentlich über das Video reden. Einer hat angemerkt, Mensch, du fährst doch immer noch mit diesem Throttle vorm Flugsimulator. Und genau das hat mir auch nämlich das Problem verursacht. Dadurch, dass das Ding ja keine Raststellung hat, sondern einfach komplett stufenlos von vorne bis nach hinten geschoben werden kann, habe ich es dann irgendwann wohl zu weit, ein kleines Stück, so ein Millimeter oder so, zu weit nach vorne geschoben. Hat dadurch das Bremsventil in die Füllstellung gebracht und bin da wohl irgendwie minutenlang in der Füllstellung rumgefahren. Ich habe mir das Video jetzt noch nicht angeguckt, ich habe jetzt nur das analysiert, was in den Kommentaren geschrieben wurde. Und ja, das ist klar, dass dann irgendwann die Bremse überladen ist. Und als ich festgestellt habe, okay, es ist soweit, also hinzu kommt natürlich noch dieser Pixelbrei von Führerstand, dieser fotorealistische, in Anführungszeichen fotorealistische Führerstand, der vielleicht vor zehn Jahren mal fotorealistisch war. Ach, über zehn Jahre, keine Ahnung, habt ihr ja gesehen, das ist ja der letzte Rotz. Damals bei Zusi, als es neu war, war es der heiße Scheiß. Jetzt muss ich mal einmal hier unten lang schwenken, sonst habe ich die Fußgänger mit drauf. Und der war dann, jetzt mache ich doch mal kurz Pause, weil jetzt kommen die Fußgänger gerade. Genau, also dieser Flight Throttle, da muss ich mir noch eine Lösung einfallen lassen. Entweder gucke ich mal, dass ich das irgendwie umkonfigurieren kann, da hinten kommt schon wieder ein ICE. Kann man wahrscheinlich jetzt überhaupt gar nicht sehen. Oder ich muss mir tatsächlich was abkleben. Ich meine für so Sachen wie Triebwagen, funktioniert das wunderbar. Also mit dem 424, als ich den in Zusi gefahren bin mit dem Throttle, das hat einwandfrei funktioniert. Ja, irgendwer schrieb auch in den Kommentaren, Zusi lässt sich auch, also ein Hebel, je nach Bedarf, also in dem Fall wäre es wahrscheinlich sinnvoll, den Führerbremshebel, kann man auch so konfigurieren, dass er sich mit dem Mausrad bedienen lässt. Und dann kommt der wohl auch nicht aus Versehen in die Füllstellung. So, das kannst du halt, auf diesem Pixelführerstand, kannst du das halt auch nicht erkennen, in welcher Stellung du gerade bist. Ich meine, bei TSW ist halt der Vorteil, er zeigt dir das auf dem Hut an, in welcher Stellung du gerade bist. Und ja, muss ich mir nochmal irgendwie eine Lösung einfallen lassen. Aber erstmal muss ich wieder einen funktionierenden Rechner haben. Ich hätte auch sagen können, hey, die Folge ist absoluter Scheiße, damit blamiere ich mich ja bis aufs Knochenmark. Ich lade die gar nicht erst hoch, aber nö, gut. Und zum Schluss, als ich dann festgestellt habe, hey, es ist sowieso Hopfen und Malz, alles verloren, ich probiere jetzt auf Hängen und Würgen, ohne Rücksicht auf irgendwelche Richtlinien, Vorschriften und so den Zug einfach nochmal zum Laufen zu kriegen, in der Hoffnung, dass ihr noch ein bisschen was von der Strecke seht. Er hat natürlich dann aber auch nicht funktioniert. Es ging sogar so weit, dass da irgendwer von DB Regio, der für die Bremsvorschrift zuständig ist, irgendwie Bremsen, Bremsbeauftrag, keine Ahnung. Er hat da sogar drunter geschrieben, seinen vollen Namen und seine Funktion bei DB Regio. Ich habe es mir jetzt, ich habe es nur überflogen, weil ich es gerade erst gesehen habe und jetzt gerade unterwegs bin. Aber ja, wie ich schon sagte, Kritik ist, nicht jede Kritik von allen Leuten ist berechtigt. Weil, ihr kennt das, es ist halt nicht wie im Original, erstmal sieht man im Original viel besser, da sieht man nicht nur Pixel, sondern da sieht man das halt alles in 100.000K mit den echten Augen. Und, naja, wenn man halt nicht die Originalbedienelemente da hat, dann ist das halt alles schon richtig, richtig schrecklich. So, mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, außer, dass ich gerade noch eine Geocache-Kontrolle gemacht habe. Da liegt ein Geocache von mir versteckt, schon seit, ach, seit über 15 Jahren, bestimmt. Also, na klar, der wurde auch mal ausgetauscht, aber an und für sich war das mein erster Geocache, den ich gelegt habe. Und auch, ja, im Moment auch der einzige aktive, weil Geocaching bin ich auch so ein bisschen raus aus dem Hobby gerade. Aber um den kümere ich mich noch. Noch mal schön gegen die Sonne filmen. Ansonsten sage ich Tschüss, Winke, Winke und Bye-Bye. Lasst gerne ein Abo da, es geht in anderthalb bis zwei Wochen dann auch endlich wieder weiter.